Willst du deinen Vater stolz machen oder nicht? Klar will ich das. Nun denn. Ist gut, dann werde ich berühmt. Fabelhaft! Heideideidei, ein Künstler, der lebt frei. Er trägt Zylinder und goldene Uhr und lebt in Saug, in Seidenuhr. Heideideidei, die Kunst macht Sorgen frei. Du ziehst die Leute in deinen Wann und wärst ein großer Wann. Keine weiteren Fragen. So gefällst du mir. Nein. Auf zu Stromboli. Ruhm erwartet dich. Heideideidei, ein Künstler, der ist froh. Er trägt ein Wärtchen und einen Pelz und seine Stimme ist voller Schmelz. Heideideidein, ein Künstler hat es fein. Er wird gefeiert vom Publikum und wird in Böden kutschen um. Und manchmal hängt man ihm Orden und kommt mit aufs Podium. Nein! 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 Hör dich doch!